Der Kassationshof hat entschieden, dass die Nutzung der Verschlüsselungs-App Bylock ausreichend ist, als Mitglied einer Terrororganisation zu sein. Das entschieden die Richter unter Vorsitz von Hamdi Jawer-Aktan. Die Entscheidung kam nach der Ankündigung von Justizminister Abdulhamid Gül, dass diese Entscheidung bald kommen werde. Die Ankündigung des Ministers wird als Anweisung an die Gerichte verstanden.